Heimatkanal feiert Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass beschenken wir Sie. Wir verlosen eine Luxuswoche in der Olympia-Region Seefeld in Tirol. Genießen Sie im Fünf-Sterne-Hotel und Spa-Klosterbräu im romantischen Doppelzimmer einen Traumurlaub. 20 Jahre Heimatkanal bedeutet für Ihren Gewinn 20 einzigartige Überraschungen. Entspannen Sie sich am Sonnenplateau Seefeld im Fünf-Sterne-Hotel und Spa-Klosterbräu. Machen Sie mit und feiern Sie 20 Jahre Heimatkanal.